Zu Gast bei Liverpool und Liverpool hält auch derzeit nur bei einem einzigen Punkt. Chelsea führt die Tabelle an und es ist ein bisschen traurig bislang, wenn man sich die Tabelle anschaut aus unserer Sicht. Aber nichtsdestotrotz müssen wir weiter kämpfen. Es gibt nicht viel zu sagen. Mirzaga, der wird ja hoffentlich bald wieder fit sein. Also hoffentlich bald ist gut. Die Diagnose, die er bekommen hat, ist nicht so schön. Na gut. Gegen Liverpool, meinen lieben Super Super Melik. Beyond Super Melik. Oh, oh. Oh, oh. 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 Schön gespielt. Erste sechs Minuten wieder Exeter vom Torgewissen. Und das war sehr schön. Und das war nicht so schön. Schlechteste Abwehr. Vier Spiele, elf Gegentore. Der Stamm! Der Stamm! Fieder Täler! Da war er schon gefährlich. Garnier nimmt sich den noch mal an. Noch mal zur Mitte. Und warum auf den Goalie? Aber riesenglück natürlich dabei. Ein Täler macht aus. Ein zweites Premier League Goal. Ich zeige da nur... Boom! Schakalaka! ώg Der Stamm! Jetzt spielt man es gut. Warte, billig, ah, da pass mal. Nicht gut. Ja, selbst schuld, eins, eins, diese Abwehr fragt man jetzt ganz, ganz mit Waren drum. Hat man noch die schlechteste Abwehr? Ja, das ist doch. Ganz bitter, es klingt einfach. Die Sonne verkauft es jetzt nicht ganz. Das ist da jetzt keine Schuld bei sich. Die Sonne verkauft es jetzt nicht ganz. Die Sonne verkauft es jetzt nicht ganz. Die Sonne verkauft es jetzt nicht. Unglaublich. Die Sonne verkauft es jetzt nicht ganz. A full profession is indicated, there will be a minimum of three minutes in Abitaine. Handzustand 2 zu 1. So. Kamovic. Krudemeier. Let's roll it. 3. Oh. the zoolieh 줄ens an armon. alloraGH. Applaus also das war auf keinen fall ball gespielt 3-1 Liga Po egal von wo aber er abzieht da geht dran ja und bei uns im 1 2 1 2 2 3 Nicht zugeklappt, wie ich das jetzt wollte. Oh, gut gesagt, Traps hat es vorgearbeitet. Sehr schön Schmitz! Teil 2! Go Exeter, Go Exeter! Nein! Bei mir war es keiner und da war es einer! Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, bei mir war das kein Elfmeter und da gibt es Elfmeter. Jetzt liegt alles bei Linz und Baucherminio und es steht 4 zu 2. Unglaublich! Oh mein Gott! 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 Und Karl Ludwig. Und Karl Ludwig. Und Karl Ludwig. Und Karl Ludwig. Und Karl Ludwig.